Regenwald, stopp den Kassler! Keinmal am Regenwald, stopp den Kassler! Keinmal am Regenwald, stopp den Kassler! Hört mir, hört ihr, hört ihr! Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Okay, ähm... Ich weiß nicht genau, aber ich glaube... Schrank! Fassen Sie das Blut? Wenn Sie die Shots öffnen, kriechen am Ende noch Demonstranten in die Lüftungsschächte. Diese Kuroten sind doch zu allem fe... Hallo, darf ich dich kurz stören? Es ist! Ähm... Die Dämonst... Echt? Ah... Ich komme... Wie soll man die denn aggressiv machen? Wie, hä? Ich hab keinen Plan... Reaktoren gehören verboten! Gehen wir mal mit denen... Mit denen... Mit denen... Mit denen... Darf ich dich kurz stören? Was ist denn? Ich geh mal... Tu das! Okay! Okay... Okay... Und da steht... Hallo, Orgy! Hi, Frau aus der Zukunft! Da draußen ist ja ganz schön was los! Oh ja! Die Demo ist echt ein Pulverfass! Ich bleib besser hier drin, bevor es richtig losgeht! Und dazu fehlt nicht mehr viel! Tut mir leid! Aber falls... Cool! Kann ich jetzt auf die Toilette gehen und schon was da ist? So ist es... Nee, ich will doch mal auf die Toilette, Mensch! Nee, hier ist auch nichts, was hier aggressiv machen könnte! Ein Foto sollte reichen! Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Ich lasse sie lieber in Ruhe! Ich lasse sie lieber in Ruhe! Ich lasse sie lieber in Ruhe! Reaktoren gehören verboten! Keine Ahnung wie... Reaktoren gehören verboten! Ähm... Reaktoren gehören verboten! Äh... Auf Kroos haben... Äh... Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Gäste! Bu dumm... Hör? Hör! 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 Ähm... Kein Mailer! Kein Mailer! Kein Mailer Bregenwald! Stoppt den Katschner! Hey, will Sie doch nur aggressiv machen, Mensch. Ist das so schloss? So viel verdammt. Oh, alles gut. Hallo. Wegen unser... Da gibt es... Hören Sie doch oder lesen Sie mal... Ja. Hallo. Ah, ich muss... Nehmen Sie... Okay, da kommt nichts hin. Das Publikum wartet auf diesen Dr. Braun. Er darf sich auf keinen Fall für die Kraftwerke aussprechen. Sonst war alles umsonst. Kamala Breenwald, stopp den Kasschlag! Hallo. Kamala Breenwald, stopp den Kasschlag! Kasschlag? Ihr glaubt wohl, ich verstehe nicht, worauf ihr anspielt. Kamala Breenwald, stopp den Kasschlag! Findet ihr das etwa witzig? Das ist eine vererbte Krankheit. Wenn ihr nicht sofort aufhört, lasse ich den Platz räumen. Wir haben ein Recht auf freie Meinungsäuferung. Genau. Du, Fascho. Schnauze, ihr Körnerfresser, oder ich zeige euch, was Kasschlag ist. Ach ja? Dann komm doch her, wenn du dich traust. Kamala Breenwald, stopp den Kasschlag! Wisst ihr was? Das machen wir, wenn ihr nicht sofort aufhört. Vielen Dank. Let's eat me here nochmal. Oder was? Kein Maler Breenwald, stopp den Kasschlag! Kein Maler Breenwald, stopp den Kasschlag! Hört mir zu, hört ihr zu, hört ihr zu, hört ihr zu. Eine strahlende Zukunft, nein danke. 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 Hört mir zu, hört ihr zu, hört ihr zu. Lieber heute, lieber heute aktiv. Lieber heute aktiv, falls morgen radioaktiv. Lieber heute aktiv, falls morgen radioaktiv. Er ist zu beschäftigt, ich lasse ihn besser in Ruhe. Auf keinen Fall. Lieber heute aktiv, falls morgen radioaktiv. Ich gebe es später zurück, vielleicht kann ich es noch gebrauchen. Lieber heute aktiv, falls morgen radioaktiv. Dafür, dass wir, aber ich denke, dafür, dass wir, aber ich denke, darf ich dich kurz stören. Was ist denn? Ich gebe, du, okay. Okay. Lieber heute aktiv, falls morgen radioaktiv. Lieber heute aktiv, falls morgen radioaktiv. Ja. Radioaktiv! Wie war heute aktiv, als morgen Radioaktiv! Wie war heute aktiv, als morgen Radioaktiv! Wie war heute aktiv, als morgen Radioaktiv! Ok... aber was? Wie war heute aktiv, als morgen Radioaktiv?! Hört! Hört! REAKTORE REAKTOREN GERÄN VERBONDEN! Reaktoren gehören verbunden! Das tut er auch nicht. Reaktoren gehören verbunden! Das sagt so. Hört mir zu! Hört ihr! Hört ihr zu! Kein Maler Bremenwald, stopp den Katschlag! Kein Maler Bremenwald, stopp den Katschlag! Nee, nee. Kein Maler Bremenwald, stopp den Katschlag! Das bringt nichts. Kein Maler Bremenwald, stopp den Katschlag! Ich lasse sie lieb. Kein Maler Bremenwald! Darf ich dich kurz stören? Was ist denn? Ich geh zu. Okay. Das war's auch schon erst wieder, Rich, A New Beginning. Bis zum nächsten Mal. Pum.